Einmal weiß ich, hat er gesagt, und da gab es eben keinen Widerspruch, wir müssten Papier verbrennen. Und zwar, wir wohnten in einem Haus in Lichterfelde, das war früher so, das war glaube ich 1906 gebaut, da gab es sowohl einen Kochherd mit Feuer, also Briketts und Holz, und dann auch nochmal eine Gasflamme, wo drei oder zwei Gasflammen waren, und dann hieß es, wir machen Feuer, aber er natürlich nicht mit dabei, das war Mutter und ich, und da wurden sämtliche Unterlagen verbrannt, die wussten ziemlich genau, wie gefährlich das ist, irgendwelche schriftlichen Sachen zu haben, und das war alles verbrannt, da ist alles weg, sodass wir auch persönlich fast nichts haben, was irgendwie über Verbindungen oder sonst was ist, das haben die vernichtet, alles bewusst. Das war eine Anweisung, und sonst, ja, er ging in Berlin in eine Kirche, wo ein Pfarrer predigte, der hieß Lilie, das war so ein bekennender Pfarrer, und das war in der Ringstraße in Lichterfelde, und da musste immer einer seiner Söhne mitkommen, natürlich hatten wir keine Lust dazu, aber auch das musste gemacht werden, und wir waren froh, dass, wenn es dann nach einer halben Stunde zu Ende war, und was es nicht gab, nun gab es das ja auch damals, kein Eis oder sonst was mehr, also dann musste man nach Hause gehen wieder, solche Sachen, aber sonst habe ich eigentlich wenig Erinnerung oder gar nichts. Das ist ja auch damals. Untertitelung des ZDF, 2020